Hallo, wenn ihr jetzt an euch herunterschaut und eure Kleidung betrachtet, was seht ihr? Seht ihr, woher die Kleidung kommt? Was für einen Big sie hinter sich hat? Wer sie gemacht hat? Vermutlich nicht. Vermutlich tragt ihr in diesem Moment Kleidung, die man als Fast Fashion bezeichnet. Vielleicht ist eure Kleidung von H&M oder von Hollister oder Subdude oder Outfitters oder Zara oder Abercrombie oder oder oder. Und was haben alle diese Marken gemeinsam? Sie sind alle Teil einer neuen Strategie, die momentan die Textilindustrie bestimmt. Fast Fashion ist eine Marketingstrategie, mit dem Ziel dem wachsenden Konsum Hunger nach immer neuen Klamotten zu stillen. Kleidung wird billig im Ausland produziert und landet dann bei Läden wie H&M und Co., die einen wahnsinnigen Umsatz mit dem Verkauf von Klamotten machen. Aber warum steigt der Konsum kontinuierlich an? Es wäre zu einfach, die Schuld nur den Konsumenten zuzuschreiben. Strategisches Marketing und wöchentliche neue Kollektionen erzeugen den Schein, man müsse immer und immer neue Klamotten kaufen, um trendy zu sein. Das heißt, im Prinzip kreiert die Industrie den Bedarf selbst. Der Einfluss von Fast Fashion auf unser tägliches Leben, auf unsere Umwelt, Politik und Weltwirtschaft ist gigantisch. Es gibt kaum eine größere Industrie als die Textilindustrie und kaum ein krasseres Beispiel für Globalisierung. Konsumenten sind distanziert von Produzenten. Der Weg, die Kleidung heutzutage hinter sich hat, bevor sie bei uns in den Geschäften landet, ist kaum noch nachvollziehbar. Alles, um die Produktion von Kleidung noch billiger zu machen. Denn genau das ist Fast Fashion. Unfassbar profitabel für große Unternehmen und befriedigt die Vorstellungen des Konsumenten. Aber welche Kosten hat Fast Fashion wirklich? Nicht nur Umweltverschmutzung, sondern auch Ausbeutung von Arbeitskraft in Ländern wie Bangladesch, China, Pakistan. Menschenunwürdige Lebens- und Arbeitsbedingungen sind trauriger Alltag. Vor fünf Jahren stürzte in Bangladesch eine Textilfabrik ein. Der Unfall kostete 1100 Menschen das Leben. Nach kurzem Aufholen der Medien ging der Billigwettlauf weiter. Obwohl Kinderarbeit illegal ist, arbeiten in Bangladesch zwei aus drei Mädchen der Kinderarbeiter unter gefährlichsten Umständen in der Textilfabrik. Nach einer Studie des World Resources Institute erzeugte die Polyesterproduktion in 2015 die gleiche Menge an Schadstoffemissionen wie 185 Kraftwerke in einem Jahr. Das legale Maximum für die wöchentliche Arbeitsstunden eines Erwachsenen beträgt in der EU 48 Stunden. Im Kontrast dazu stehen durchschnittlich 64 wöchentliche Arbeitsstunden eines Kinderarbeiters in der Fabrik in Bangladesch. In den letzten Jahren hat sich in der Modebranche viel verändert. Immer mehr Marken lehnen die Prinzipien von Fast Fashion ab, da ein nachhaltigerer Ansatz bei der Herstellung von Kleidung im Vordergrund steht. Slow Fashion ist auf dem Vormarsch. Aber was genau ist Slow Fashion? Das Konzept basiert auf einer moralisch vertretbaren und nachhaltigen Art des Konsums, respektiert dabei die Umwelt und verlangsamt das Konsumverhalten. Einige Beispiele für die Umsetzung von Fast Fashion sind Vintage-Kleidung in Second-Hand-Läden kaufen, dies kann man auch online tun, alte Kleidung reparieren und neu designen, bei kleineren lokalen Herstellern und Läden einkaufen, Kleidungsstücke zu Hause selbst herstellen oder Kleidung und Accessoires kaufen, die hochwertiger sind und länger halten. Neue Ideen und Produktinnovation geben Slow Fashion ständig eine neue Definition. Deshalb kann man keine statische Definition hier verwenden, weil die Entwicklung des Konzepts immer noch stattfindet. Nachhaltigkeit bedeutet Ruhe, Sorgfalt und Verantwortung. Das bedeutet, dass es oftmals nur wenige spezifische Stile pro Kollektion gibt, die zweimal oder höchstens dreimal pro Jahr erscheinen. Zunächst mag diese neue Art des Konsums für Verbraucher komplizierter erscheinen. Dass Slow Fashion den Eindruck erweckt, altmodisch, zeitaufwendiger und teurer zu sein. Das entspricht jedoch nicht der Realität. Slow Fashion ist innovativ und legt den Fokus eher darauf, Freiraum für Menschen zu schaffen, um ihren eigenen Stil zu entdecken, anstatt mit der großen Masse zu laufen. Über längere Zeit beweist sich auch, dass die Qualität der Kleidung bei Slow Fashion Marken viel, viel, viel besser ist. Die Qualität des Kleidungsstücks kann auch die Lebensdauer bestimmen, das heißt, wie lange man das Stück tragen kann. Die Entscheidung, Kleidung aus natürlichen Materialien zu kaufen und die richtige Pflege kann einen viel Geld sparen und ist umweltfreundlich. Kleidung kaufen, wiederverwenden, tauschen und teilen, darum geht es bei Slow Fashion. Es gibt viele Gründe, warum man Teil dieser neuen Welle sein sollte. Darüber hinaus bietet Slow Fashion eine Möglichkeit zum Einkaufen mit gutem Gewissen. Das ist eine Möglichkeit zum Einkaufen mit gutem Gewissen.